Das ist kein Kopf, das ist ein Haus. Doch, das müssen wir da oben angucken. Was ist das? Ne, my eyes are bleeding. Von mir als wow, Irishman Ross. Als ob das dein Sohn. Okay, was? Das ist der Ubu da hinten. Der nervt mich ganz richtig. Komm, wir stellen uns hier zu dem Fluss. Als ob! Da ist es! Okay, er ist jetzt aus dem Bild. Okay, so. Als ob! Hey, ihr Höhlenmensch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Masterbilder mit dem Flexo. Hallo! Okay, wir müssen etwas bauen. Und das ist alles auf Englisch, ne? Das heißt, wenn ich das Wort nicht verstehe, dann muss ich das googeln. ein Skull. Oh, ein Skull. Ein Kuh. Ein Kuh? Hey, das habe ich mir überlegt. Als ob! Also, ein Kopf. Hey, ich baue einfach meinen Kopf. Das ist ja dann ein Skull. Ja, in der Tat. Oder meinen wir damit so von einem Skelett. Ne, einfach nur ein Kopf. Denke ich mal. Äh. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, ich mach mal einen Skelettkopf einfach. Hey, klau mir nicht die Idee. Als ob du mir einfach die Idee klaust und dann zu mir sagst, ich klau deine Idee. Ja, ja. Richtig dreist. Das ist gerade so dreist. Ja, das ist gerade richtig dreist. Als ob! Ne, ernsthaft. Ich habe gerade echt überlegt. Aber dann habe ich mir gedacht, als ob ich jetzt weine. So. Okay. Das ist der schönste Kopf, der wählt. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Ja. Alter, bei mir. Ich kann also nie. Moin. Jetzt brauche ich Ton. Doch, das sieht gut aus. Als ob. Ich kann einfach nicht bauen. Ich bin zu unfähig für alles. Oder ne. Ich brauche Wolle. So. Was ist so? Alter. Das sieht einfach so dreckig aus. Alter. Das sieht einfach ekelhaft aus, was ich hier baue. Das sieht bei mir nicht aus wie ein Skull. Das sieht bei mir eher aus wie so ein Schneemann. Alter. Okay. Ich möchte nur, dass mein besser ist als Quasi-Seins. So. Hey, warte mal. Ich muss mal überlegen. Wie sieht denn ein Skelett aus? Weiß. Also ich habe einen Kopf gegoogelt. Ach, ich dachte ein Skelett ist braun. Mann, mein Kopf. Der Kopf ist riesig. Das ist kein Kopf. Das ist ein Oval. Ich habe ein Oval gebaut. Aber dein Kopf ist ja nicht rund. Ja, trotzdem. Dein Kopf ist ja oval. Scheiße, noch drei Minuten. Okay. Die Zeit vergeht echt extrem schnell. Ähm. Oh, wisst ihr was, Leute? Der Flexo, der hat sogar einen YouTube-Kanal. Ja. Ihr müsst auf seinen YouTube-Kanal gehen. Und ihm sagen, erst mal Videos machen. Ja. Weil du bist einfach gigabaster. Du machst nie Videos. Ja. Ist für mich leid. Ja. Nichts tut dir leid. Nichts tut dir leid. Doch. Ne. Und wisst ihr was, Leute? Flexi sind richtig krimineller. Weil ich habe meinen PC jetzt irgendwie so zwei Tage angelassen oder so. Das ist der schönste Kopf überhaupt. Damit ich auf meinem, ähm, damit ich halt so einen Rekord habe bei uns, dass ich so über zwei Tage lang... Ja, als ob du das jetzt erzählt hast. Ja. Und dann, so zwei Minuten bevor ich das geschafft habe, zwei Tage ununterbrochen auf dem Team-Streak zu sein. Ja. Hat er mich einfach gededosed. Ich habe dich nicht gededosed. Ja. Nein. Er hat mich nicht gededosed. Er weiß leider nicht mehr wie das geht. Beziehungsweise ich weiß auch nicht wie das geht. Aber... Sein Freund hat ihm mal so ein Programm geschickt. Damit kann er sich irgendwie selbst timeouten oder so. Und seitdem zeige ich immer, dass er mich gededosed. Ja. So. Jetzt brauche ich schwarze Wolle und dann ist mein Kopf auch fertig. Ich habe einen wunderschönen Rethet gemacht. So. Ich versuche so, ähm, ein Skelett nachzubauen. Dies scheint nicht so zu klappen. Nein. Der Kopf ist ein bisschen... Ist ein bisschen groß. Ich mache noch irgendwie so Schattierungen an der Seite. Mein Kopf ist richtig gut. Ich darf nicht so viel verraten, ne? Ihr müsst ja schließlich ehrlich bewerten. Weil... Ja. Sonst seht ihr das ja. Aber die Zeit vergeht zu schnell. Vielleicht hängen wir dann nachher noch eine Runde hinten dran. Was ist das hier denn? Change Ground? Wie machen wir denn den Ground? Lava? Oh, ne. Als ob du den in Lava machst. Weißt du, was ich denn mache? Ja. Sag ich dir nicht. Äh. Okay. So... Partikel. Ah. Puh. Genau Partikel. Du hast recht. Ja. Partikel. Oh mein Gott. Ich habe die beste Idee. Boom, Alter. Wie das aussieht. Das sieht einfach so schön aus. Bam, Alter. Da... So... Weather... Ne... Doch... Weather... Können wir Storming machen. Jetzt regnet... Dann sind so Blitze da. Man Leute, meint es überhaupt nicht aus wie so ein... Ach... Ich dachte echt, dass es was wird. Ich hatte... In meinem Kopf so eine Vision. Mann, das ist... Das ist... Das ist kein Kopf. Quasi. Wie sieht es denn bei dir aus? Müsst du gar nicht wissen. Aber... Ich finde das richtig hübsch. Meinst. Ein Skelett... Hat glaube ich... Ne, ich habe einfach nur einen Kopf gemacht. Kein Skelett-Kopf. Ja, und ich habe einen Skelett-Kopf gemacht. Ja. Heim ist ab. Schuhe. Nein, ich wollte jetzt einen auch aus am besten. Was ist das? 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 Ey, my eyes are bleeding, aber... Das ist meins. Ja. Schau. Wissen Sie, wie das aussieht? Wie so ein Stein-Kopf? Was ist das? Oha. Hey. Das sieht voll gut aus. Hey, wie haben die das gemacht, das unten zu... Leuchtet die Wolle? Leuchtet doch gar nicht. Bei mir leuchtet die. Oh scheiße, ich habe gar nichts bewertet. Mach ich auch nicht, shit. Scheiße. Oh nein. Okay. Was ist das? Oh, was ist das denn? Das ist kein Kopf. Das ist ein Haus. Doch. Hier oben angucken. Was ist das? Ne, my eyes are bleeding. Von mir echt, wow, everything is off. Eins auf der Stein zwar. Das explodiert, weil man so schlecht war. Mann. Oha. Okay, ja. Genau das wollte ich bauen. Das ist gut. Aber es bekommt von mir ein It's okay, weil es ist eigentlich nicht aus Sandsteinen, ehrlich gesagt. Ja, you run. Aha, was ist das? Was ist das denn? Oh, das ist ein Japaner. So ein Anime. Hi. Ja. Okay, ja. It's okay. Okay. Ja, es ist, ja. Oh, sein Einleiter ist. Die Kopfhälfte fehlt. Ja. Hä? Ne, das ist zu beabsichtigt. Man muss ja reingehen. Shit. Oh. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das bekommt von mir ein Gut. Komm her. Ne, das bekommt von mir ein Amazing. Amazing. Auch wenn er hier so Skyshing gebaut hat, das finde ich nicht so toll, aber er hat das halt hier nachgebaut, ne. Aber, ich dachte echt, meins wird noch schöner, aber meins ist explodiert. Hallo? Was ist das? Ich hab jeder mal Eiser Bleeding gemacht. Oh, lol. Lol. Das ist irgendwie richtig gut. Ja. Ich sag, wow, everything. Ich sag amazing. Das ist so awesome, man. Das ist einfach nur so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich seh. Okay, was ist das? Was ist das? Was? Ich hab die extremsten Frame-Emposium überhaupt. Ich gar nicht, aber... Ich sehe da gar nichts. Ich seh... Ich war... Ne, sorry. Mein Eiser Bleeding, Alter. Ja, man sieht auch gar nichts. Da fühlt man ja nichts. Da bluten einfach nur meine Augen. Ja. Was soll das denn sein? Und dann hier noch so ausruhen. Ein Iglo? Ist das ein Iglo? Ah! Ja, ich schau so was wollte ich eigentlich machen. Das finde ich... Das ist... Für mich ist es gut. Weil es sieht ein bisschen aus wie ein Iglo, aber es... Trotzdem wollte ich sowas machen und ich dachte mir schon so... Ja, das sieht sich ja kacke aus, wenn ich die schwarzen Blöcke außerhalb baue. Die muss man nämlich ändern bauen. LOL! Das ist das... LOL! Sieht aus wie... Wie... Mein kleiner Brüder. Ich sag, ob dein Brüder so gut auf hat. Amasing. Das ist kein Blöcke. Das sind seine Haare. Ja. Oh. Also wie ist so ein hässlicher Nutzer? Ok, wer hat gewonnen? Nöön. Ich hoffe natürlich ich. Ich bin Leser. Wo sieht man das denn? Was ist denn kein Platz? An der Seite siehst du es. Ich bin Platz... Wow. Ich bin Vorvorletzter. Boah, das ist, Mann, das ist doch voll gemein. Aber ich würde sagen, Leute, wir hängen noch eine Runde hinten dran, weil ich möchte natürlich noch beweisen, dass ich auch gut bauen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie so ein Profi, ey. Schau, den wir in den Moonwalk machen. Oh, ist ein richtiger Profi. Kau. Kau. Make the... Hello, humans. Hello. Hello. Nein. Nein. Ich dachte, es ist ein R. Jetzt ist es so eine Slut hier. Guck dir an, bauchst du, Alter. Hier, tschüss, weg mit dir. Der Junge kommt zurück. Also. Wir haben jetzt ein neues Thema zum Bauen. Und ich hoffe mal, dass es diesmal ein bisschen so schöner aussieht, als das davor. Und das ist... Queen. Queen. Als ob. Ah, ja. Alter, muss ich mir jetzt ein Bild von der Queen aussuchen, Weil, ich weiß nur, dass das eine alte Schachtel ist, aber I don't know. Ich, ich mach jetzt die schönste Queen. Bei mir hängt alles, was soll das denn? Was ich... Äh, weiß. Hättet mir einfach ein Bild von der Queen. Erstmal. So, dann brauch ich das hier. Die hat da so, so eine blaue Schachtel. Genau, dann brauch ich noch so Ton. Oder? Ja, genau. Weiß gefärbter Ton. Und graue Haare. Und? Ja. Ohne Witz, ich glaube, ich hab das so im Urin, dass meine Queen toll wird. Hast du das? Ja. Meins wird... Ich hab schon hier einen Arm. Meins wird mega toll. Ich hab noch nie so ein schönes Gemälde gesehen. Okay. Du musst doch nicht meins an den Bauern. Ich glaub, meins wird einfach scheiße. Ja, meins wird auch scheiße. Ich gib's du. So. Erstmal bis hier nach oben mach ich das mal. So, dann hat die... Ihr Arm ist ein bisschen dicker, deswegen machen wir hier einfach noch so eins hin. Und dann so eins. Wow. Ich hoffe, die erkennen, dass das die Queen ist. So, jetzt fehlt noch ihr Kopf. So. Alter, das sieht jetzt schon richtig gut aus. Ja, meins sieht auch mega gut aus. Echt jetzt? Meins sieht... Ja. Meins sieht nicht so toll aus. Ich weiß, bei mir war das nur ihr Schnell. Meins sieht echt heiß aus. Ja, meins sieht auch mega scheiße aus. Als ob. Dein sieht bestimmt mega gut aus. Nein. Das ist total... Ich hab halt nur voll die gute Idee, was ich bauen möchte. Aber es wird sich einfach von der Zeit her leider nicht ausgehen, glaub ich, bei mir. So. Das muss nämlich bis über die Schulter. Jetzt kommt langsam dieser Kragen von ihr. Und die Krone, ne? Ihr dürft die Krone nicht vergessen, Leute. Ah ja, stimmt. Damit das wichtig ist, glaub ich. Ja, die Krone. Das ist nämlich das Krönchen oben drauf. So. Äh, so. Ich mach das mal so, ne? Sieht ein bisschen aus wie... Meine Oma. Eine Krone. Wie wer? Alter, Leute. Bei mir sieht's gerade aus wie ein Mann. Wie so ein Offizier. Das ist... Wunderschön. Meins ist wunderschön. Die hat blaue Augen, glaub ich. Hat die blaue Augen? Scheiße. Alter, Leute, wir haben noch 2,1 Minuten. What? Meins ist eh wunderschön. Red. Jetzt brauch ich noch Partikel. So. Okay, ich glaube... Ähm... Das sieht so'n Scheiß aus. Aber... Alter, das sieht aus, als hätte sie so Hörner. Meins ist einfach wunderschön. Vor allem die Krone gefällt mir. Echt? Ja, meins ist wunderschön. Oh, ja. Vielleicht sieht man doch nicht so schlecht aus. Wie ich anfangs gedacht hatte. Ich guck jetzt, wie das aussieht mit so einer Kontur außenrum. Warte, so müsste das ja dann... Zack, zack. Ich weiß, bei der Krone sieht, glaub ich, die Kontur echt ein bisschen billow aus. Aber ich möchte jetzt auch nicht so reden, als hätte ich's drauf. Ey, Leute, ich glaube, dass meins echt nicht so scheiße ist. Meins ist mega scheiße. Ich hab noch nie so eine wunderschöne Queen gesehen. Warte, so? Die ist so beautiful. Alter, ohne Witz, Leute. Ich hab das jetzt von so einem Real-Life-Bild von der abgebaut, ne? Und das sieht einfach so hammer aus. Als ob? Ja! Ohne Witz. Welche Augenfarbe hat die? Blau? Ja, ich hab die jetzt mal blau gemacht. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Man kann ja da auch irgendwie noch sowas machen mit so Skulls. Das Problem ist, ich kenn mich da halt null aus. Ich hab keine Ahnung, wie man dann da so ihr schöne Augen verpassen soll. Moment. Rahmen. Ich brauch einen Rahmen und ein Ei. Das sind dann... Nein, scheiße. Wie nennt sich das nochmal? Ender-Auge, ne? So ein Ender-Auge. Nee, geht sich nicht mehr aus. Okay, aber ich glaube, dass meins richtig so schlecht ist. Meins ist beautiful. Können Sie von dir es findet. Ähm, ok. Okay. Sieht aus wie ein Mr. Moor-Game. Nein. Okay, aber es ist echt nicht schlecht. Ich geb einen, it's okay. Weil man erkennt auf jeden Fall, das soll ein König sein. Aber es... Nee, nee, nee. Bekommen... Nee, scheiße. Es soll dir die Queen darstellen. Und die Queen hat keine braunen Haare. Was ist das denn? Das ist mein... Was ist das? Alter. Alter. Das ist, was ist das? Vor allem die Graune sind zwei Creeper. Warum? Lol. Nein. Okay. Oh. Ja, das... Ja, nee. Ist halt eine Krone. Dafür bekomm... Ja, aber das... Wo soll das bitte darstellen, dass es die Queen ist? Es ist ja nicht eine Krone, sondern eine Queen. Als ob. Oh, quasi. Oh, quasi. Was ist das? Man sieht doch, dass es die Queen ist. Also, ich find's echt gut. Also, ich würd gegen dann mal... Das ist Thomas Seitz. King. Oh, einer geschrieben King und dann noch jemand Winner. Oh, wow. Hey, gar kein Legendregen, Alter. Was ist da los? Oh, hey. Okay, das ist... Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Ja, also... Okay. Ich geb diesen Leuten, die halbiert die Queen gebaut haben, ein It's Okay. Aber... That's a King, hat jemand geschrieben. Ja, eben. Es ist ein King und es ist keine Queen. Aber er ist vielleicht der King of Queen. Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Ah, ja, aber wisst ihr was? Der hat über den Tellerrand hinausgeschaut. Deswegen bekommt er von mir sogar ein Gurt, weil... Der hat nicht einfach nur eine Queen gebaut, sondern so den Palast und den Weg und da steht sie, die Queen. Ähm... Sieht aus wie ein Feuerwehrmann. Sieht aus wie ein Feuerwehrmann, Sam. Ja. Alter, my eyes are bleeding, Alter. Das ist ein Feuerwehrmann. Ja, Alter. Tau, 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 weee. Oh mein Gott, ich bin schon gespannt, wer gewonnen hat. Ich hoffe natürlich, ich hab gewonnen. Ja, ich kann gar nicht mehr gewinnen. Hab ich. Ich auch nicht. Was hat das für Ohrringe? Guck dir das an. Ja, ohne Witz, er hat ja Ohrringe gemacht, dafür bekommt er von mir echt einen Gurt. Ja. Nee, nein, it's okay eigentlich. Nee, 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 gut. Ich kann da einfach kein Gurt geben, wenn's Queen heißt und die ihn King bauen. Das ist Ole. Wie gut ist das bitte? Was? Die sieht aus von unten wie so... Guck dir die Augen an. Ich mach dir amazing. Alter, guck dir diese Augen an. Sieht aus, als ob sie so... von den Augen so... Und, und, und? Ja, ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Ich bin letzter. Alter, aber ohne Witz, ich bin grad echt ein bisschen stolz auf mich. Ich mein, davor hatte ich ein Explosionsding, weil's so scheiße war. Und jetzt hab ich die Runde gewonnen mit der Queen. Ja. Okay. Ja. Ich würd sagen, Leute, wenn ihr mehr mit Flexo und quasi wollt, dann schreibt's einfach mal in die Kommentare. Schaut bei den beiden vorbei, sonst wird das Ganze strafrechtlich verfolgt. Und ich würd einfach mal sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Macht rein und ciao. Tschau. Tschau.